ja und alle Leute über die Zukunft in der Partie mit der Elisabeth alle aufhören und der Spielberg platziert auf Heif natürlich und wo ist diese Farbe okay schatten diese ein Zürich so würde sie nun mit zweiten Runde es ist gehen Ruhl Morgel Morgfabend die Vergebung ist das Spiel das ist ein Scherner die Rundfunk Rekord und an der Fassel wieder ich habe es wieder raus ich finde es ist so blöd zu unterschiedlichen Farben zu sehen sich so ähnlich die Stichwürste also Blockparty kann lange dauern kann auch nicht schnell gehen ich habe schon gesehen hat und Braut kann man hier schön stehen bleiben die Zürcher jetzt doch Kali und er ist es ist eine Vorabschöpfung das ist nicht immer schön wenn man nicht so lange laufen muss ja dann muss man sich anstrengend hier ist das ist nichts aber Geld das ist ein paar Niederlässe einfach stehen bleiben können ich habe ich komme mit ich war zu nehmen oder dieses Jahr ich weiß ich habe gesehen was wird auf dem Weg der Hälfte diese zurückgepackt wo ist dieses Grün und mit der Klinik Jürgen und das gleiche und der Verständnis 4 wo man wird es ist und Stil der Fahrer am Anfang an und die Sitzel in der dritten Runde von Blockpartie die viel zu schnell gehen bis zu Artikeln ist durch sie nicht er steht auch aufgenommen wenn es nicht klappen Prozent Klinik die Sonnenblatt wenn man nun die Erhälfte sich in den Schiffen und so das Ziel ist es das hat mich das ist ja aber hält die Frage er ist der Tag gestorben ja ich war auch auf den falschen Gründen ok ja gut machen wir noch ein Viertel und Viertel wer er bekommt zurück zu 1 4 es ist schon die vierte Runde Prozent Prozent und es geht direkt weiter mit hohe das ist das die Schleim aber auch die Strecke der Wiener mehr an die Wiener zu holen und sie sind EGT und Helden aus hier in den Masken die Hälfte sind es immer so lebt die so eine Selle eine Sekunde vor die Vorgang Köln du bist du nicht ist wie es ist es ist es ist es ist es ist es ist es das ist der Grunde der Arbeiten ich habe es sich in die Schmiede drei verschiedene Grünen zu müssen wo es vorhanden erhältlich ich habe es geschafft wo er es wird ganz knapp geschafft doch ein Stück weit und zufrieden wo er es sagt worden bleibt auch ganz aus ganz aus nicht ganz nicht ganz aus und bleib ein Verschiedenes wo es ist die Stadt mit der Beine und Spielspaß und Spannung und es ist hier auf zwei Blöcke ein Frieden wurden auf der Umbericht nicht viele Leute es ist hier sie hat es hier noch nicht mehr das ist so schwer zu finden ich habe gut wo ist es wo ist das das ist hier das nein das ist nicht das ist nicht das okay doch eine fünfte alle auch nicht Block Party und er kommt zu bei diesem Wissen ja also ich heute ist richtig wir sind heute aus richtig vielen Partys geflogen zuerst sagen ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung alle Warten Mauerweil in der Fall wo er die Hälfte gegangen ist ja okay gut dann haben wir jetzt noch jemanden in der Aufnahme der Wohl der Aufnahme alles gut nichts auf YouTube das ist das gar nicht, dass wir nicht auf YouTube kommen, dass wir nein Nein, haha aber ich will das Video dann sehen ja, kannst du nicht genau sehen es ist auf schwarz Eigenwerbung stinkt und es ist halt der Stich, ja ich weiß ich stink ja auch okay Hübschen, Hübschen, Hübschen Wer macht mit mir durch 48 Stunden? Ich nicht. Wieso nicht? Frag doch mal Leon. Ich könnte zwar durchmachen, aber dann könnte ich nur, wenn dann vielleicht mal ein Schreiben. Ne, du schläfst nach 2 Stunden schon ein. Nein, halt dich krass, tue ich nicht. Ich habe 2 dicke Bücher, die ich noch durchlesen kann. Boah, bei Bücherlesen schlägt man ja erst recht ein. Nein. Doch. Ich werde bei Bücherlesen immer voll wach, das ist richtig komisch. Ich schlaf bei Bücherlesen immer ein. Ich lese gar keine Bücher. Ich darf nicht hinlegen, sonst schlaf ich gar nicht. Doch, eigentlich schon. Ist ja auch nicht so, dass ich lese, Rafa. Ich, ich hätte nicht gewöhnt, dass ich so halte, ne? Aber wie kann man lesen? Was ist überhaupt dieses Lesen? So, was kann man essen? So, was was zu essen? Ja, ich glaube auch. Nein, das ist Echo MC, was zu essen. Hä, was ist Echo MC? Etwas. Ich weiß, was es ist. Oder was ist wahr? Ich bin gestorben. Nein, das darf doch gar nicht sein. Du bist tot. In echt jetzt sogar in Minecraft. Ne, ich glaube nur in Minecraft, sonst würde du siehst. Oder? Oder sie ist jetzt auch weg. Wie? Okay. Ja gut, ich würde sagen, ich schlaf mich hier ganz gut, dieser Blocked Party. Ich muss leider schon weg. Okay, schade. Tschau. Tschüss. Ich muss die kleine Rappi schlafen. Oh mein Gott, wo ist die... Och nein, das hab ich verkackt. Na gut Leute, das war's dann hier mit den 5 Runden Blocked Party. Jo, das war's auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann hier auch in dem Video. Und, ja. Tschau Leute. Tschau Leute. Bis zum nächsten Mal.